Die Weber Entnehmen Sie Ihren Heizlüfter HL100 aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Folien. Schließen Sie den Heizlüfter an das Stromnetz an. Nutzen Sie den Drehregler, um das Gerät in Betrieb zu nehmen. Die erste Stufe startet die Ventilationsfunktion. Alternativ können Sie mit der Heizstufe 1 eine Heizleistung von 1000 Watt und mit der Heizstufe 2 eine Heizleistung von 2000 Watt erreichen. Dank des Thermostats haben Sie die volle Kontrolle über die Temperatur. So ist eine Arbeitstemperatur von bis zu 200 Grad Celsius erreichbar. Mit dem praktischen Tragegriff transportieren Sie den 1,1 Kilogramm leichten Lüfter zu jedem Einsatzort. Fällt der Lüfter einmal, schaltet Ihnen der automatische Kippschutz ab. Somit ist eine hohe Sicherheit garantiert. Mehr als nur heiße Luft. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem HL100. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Musik 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 Musik